Willkommen zu einem neuen Video von Unimusha Wieso? Ist das schlimm? Hä? Ist das schlimm? Ne, ich mein ja... Schneidig ist nicht ganz... Warum nicht? Hat Thomas irgendwas falsch trugt oder was? Oder hat er ihn nahe klotzt? Hä? Äh, ich kann es auch dem Ding erklären... Aber es ist jetzt... Ey... Ja... Ja... Und warum hast du es nicht gesehen? Ach so... Aus der... Aus der Lobby meinst du? Und... Und dadurch hast du es... Ja, ist ja logisch... Dadurch hast du es... Nicht gesehen... Ah, ne da... Boah... So lauf mich schon wieder... Ich habe es doch gerade im Video angeklotzt... Da war der scheißrote Balken... Äh, der rote Boppel an... An... An der Türe... Bin ich jetzt ganz bei Tschoget... Weil ich spiele... Bin ich schon bei Tschoget... Da? Ja, nehme ich doch hier rein, oder nicht? Ja, langsam... Bin ich echt... Ich glaube da habe ich hier richtig... Ja... Ja... Kennst du... Unimusha? Auf der Unimusha Gänse... Habe ich Alex und Thomas früher mal auf 2 gespielt... Der... Der Buche kennt halbwegs... Unimusha auch nicht... Er sagt... Von Amher sagt es dem nichts... Dann gehöre ich nicht zu den 2 Millionen Menschen... Wo du das kennst... Das... Wie kriege ich noch mal die scheiß Geister von der Türe weg? Gesichter schweben... Von Amher... Von Amher... Von Amher... Von Amher... ... Wenn ich nicht... Da... Das Speicherpunkt... Ok... Gucken wir mal... Das war's für heute. Da ist Speikerscheiße, da kommen die Türe, durch die Bücher raus, da saß eine Tür und dahinten ist eine Tür. Klar, ich war zwei Türen nicht drin. So sieht es aus. Doch, da ist Kiste offen. Darf ich hier, das darf ich hier. Darf ich die Kette gehen? Ja. Geht aber da nix. Hat's der dicke Heino gesagt, Ralf? Oh. Was denn Leute? Ui. Gleich. Ja, da kommt so ne komische Dinggedünster, die ich zerhacken kann. Ui. Thomas, du kennst schon die komischen Schwingdinger, die rechts und links schwingen geht. Ja. Ui. 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 Das ist die Tür vorne jetzt nicht drin. Mann. Ui. 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 war, wollte ich mit dir an einem Tag zu Mediamarkt fahren, weil ja, ich sind scheiß Automaten, im Straßenbahn ich check, vielleicht gehst du ja das Schnalle, ja, weil die halt von hier, wenn halt vielleicht von hier zusammen aus, keine Ahnung, in der Tour gelaufen, alleine bist ein bisschen behindert, natürlich zu zweit, juckt es mir ja nicht weniger, ja, weil das hat man ja nicht gedacht, wenn es 5. oder 6. Januar ist, und man liest Dezember, habe ich ja nicht gedacht, dass Dezember Mediamarkt vorbestellen, ich habe auch nicht vorbestellen gelesen, die 2019 meinen, also habe ich gedacht, das Spiel wäre schon draußen, zum Glück kam es so nicht und bla bla und sonstiges, ja, ein, zwei Tage später, gucke ich nochmal hin, weil es bei Amazon da noch nicht war, lese ich dann auf einmal, was? Silvester 31.12.19? Ja, klar, man kann jetzt 360 Tage vorbestellen, alles klar, macht halt Leute noch geiler, aber was juckt mich im Januar ein Spiel von Dezember, scheiß die Wand an, ja, 3, 4, 5 Mode ist normal, aber ein Jahr, könnte vielleicht noch länger, ich habe es erst im Januar gesehen, ich habe es erst auf YouTube da gesehen, wo ich es da auf Bläserstangen geklotzt habe und dann habe ich, irgendwann habe ich geguckt, weil es kommt im Minimum oder weiß man nicht, ob die alle auch auf Playstation kommen, es sollen mindestens zwischen 35 und 40 Simulators neu herauskommen, von Waschstraße, von Schrottplatz und so weiter. Neues Farming natürlich irgendwann in 3-4 Monaten, oder irgendein Sommer, irgendein Sommerfein. Ja, dann Autohändler, ja sag ich ja, Schroppplatz, Waschstraße, ähm, so eine Firma bauen, wie, wie, äh, ja, Autor, so Autorgedöns, wo die Leute so drin hocken. Hast du nicht oft Nachrichten gesehen, ja, wie die mit ihrem komischen Hocker da so vorfahren, und die Autos da so in einer Reihe stehen, der, 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 der Rohbau. Weißt schon, von was ich rede. Ja, immer auf so einen komischen Hocker, ja, da hocken und dann den, Herr KFC, so nennt man das, Rohbau, ja. Und dann nur immer Leute versicht, der eine macht das Lenkrad, dann fährt der mit dem Hocker vor und macht der nächste KFC das Lenkrad rein, ja. Dann irgendeine Firma aufbauen, Simulator, ja, dann, äh, so komisches, pff, da musst du so, so Handys, alte Handys bis zum neuesten, zusammen löten und, und zusammenbasteln und Gameboys, also alle, so elektronische Geräte, von Nokia 33 bis Gameboy bis sonst was. Boah, da kommt tausend, das sind mal nach so ein bisschen lang, das sind ja zwischen 35 und 40, ja, wo die alle auf Playstation kommen. Und bei dem LKW war halt dann eben noch das Playstation Cover abgebildet, beim anderen stand nur dran, kommt, aber nicht auf wenigen Geräten. Ja, kommt noch ein Ding, kann auch mal so auf Playstation kommt, äh, äh, an der Arctis. Das was du auf dem Ding da anguckst auf bblblblblblblblblblblbl, resch ist auch Bundeskloch, brumm brumm. Oder SIX. Ja, da wann's nochmal, äh, hier, darfst's komm sonntags, äh, 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 da- ja, äh, auf Kabel jetzt auf Kabel habe ich es mal nachts gesehen ja das eine da wo ich letztens aber gedönst gesagt habe ja wo ich dachte ja wo ich falscher Kanal drin hatte ja wo das Klammer scheiß gedönst kommt ja ja wo kommen sie auf Max oder Six er hat immer gesagt guck wo der Luthers früher kam oh guck drei Sender wo solche Sendungen kommen ja da kommen fast eine Männersendung wie das Fischer gedönst und oh ja gedönst ja so ein Schwaberwatt ja Zeug halt fällt gar nicht vor deinem ja du riechst immer auf mich und sagst du bist mein Vater ich bin nicht ein alter doch du bist alter wie ich du bist mein alter du bist mein alter Vater mit 45 oder 50 ist man alt und so sagen ja jetzt habe ich die Rede so gedönst und so ein Zeug ja Sache halt ich sage mir Mutter Eppes ja was ist Eppes kann ich auch kein deutsches Wort sagen etwas aber normales Wort für Eppes gibt es noch etwas nicht holen wir mal Eppes da runter ja das hört sich im Hochdeutsch behindert an deswegen sagen die Eppes tun wir mal Eppes von da haben Eppes da in die in die Schalen rein ja Zeug schnuppert ja ist doch in der Wüste äh äh nicht Wüste ich meine äh an der Arctis ja ja dann wollen wir so ein Spiel rauskommt ja ähm 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 sei ja nicht auch nicht weiß nicht was auch blitzig ist es kommen ja zwei raus aber in dem Sinne schon dran kommt eins sein ist normal wie man es kennt und was Thomas glaube von dir hatte äh Europa oder äh 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 ich glaube es ist nur Deutschland was auf blitzig ist im Dezember kommt aber ich rede jetzt ja das was durch Deutsch ob das äh äh in der Arctis ist auf Max äh weiter ja ok passt äh Ja, auf jeden Fall kommt so ein Arctis-LKW raus, kommt aber auch auf Max und so. Was ist das Spiel oder ein echt? Ja, das meine ich. Ja, wurde so lange Dingo aus einer Frau gefahren. Ja, und so ein Spiel kommt auch auf Geräte ins Minimum-PC. Oh, ich will sagen, außer dem LKW stand das Einzelste, wo auch Xbox-Cover, Hülle abgebildet war und Playstation, wo ich gleich in der Nacht des Thomas, wo ich auch Party war, gesagt habe. Wo es auch eher von Mortal Kombat hatten, von Rest, die habe ich mir angeguckt und noch so zwei, drei geile Spiele, ja. Und Farquay und Devil 5, ja. Oh, jetzt verlaufen hier. Und ich habe, da war nebendrin ein Video, was, 35 Seminators, die 2,19, weil es gibt schon ein paar, die LKW, die 17 und 18 hätten schon gekommen sind. Ja, deswegen ist auch Eurotrucks. Ja, deswegen ist auch Eurotrucks. Das neue Teil, genau von denen ist, ja. Geschneit, ja. Ja, so wie es früher bei Fifa, Fifa-Dufte und Poulsen-Soccer. Da hat ein Kahn in den 90er Jahren nicht Kahn geheißen, sondern Bahn, ja. Ein Oli war auf einmal Max Bahn, ja. Ja, seit ein paar Jahren haben die auch die Lizenz und die Stadt danach bauen zu dürfen. Da muss ich auch nicht rein, auch. Man sieht das. Und das ist auch diesmal bei Euro gedünst, Berge. Alter, Thomas hat das auch angeklotzt, ey. Alter, wie, hey. Alter, heftig, hey. So ungefähr wie, wie mich jetzt, Berge, aber nur natürlich tausendmal höher, alter. Wenn du denkst, fliegst du runter, fliegst du mal 500 Meter in die Tiefe. Solche Berge tugelst du damit mit Equio, äh, 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 umeinander. In dem Video. Da gab es bestimmt schon eine Demo, weil einer hat das, hat das, hat das Let's Play. Da habe ich auch schon gedacht, das wäre schon draußen. So was, weil einer schon so drei, vier, fünf Stunden Let's Play gemacht hat. Ja, das habe ich auch erst hinterher geschneid, dann habe ich es eingegeben und habe ich Dezember gelesen. Wir hatten ja Januar, ich habe ja nicht gedacht, ich habe auch nicht gelesen, dass man es über ein Jahr vorbestellen kann, ja. Und dann wollte ich an einem Tag, äh, wo ja bei dir oben war, das zu mir noch gehen und hohen. Ja, aber jetzt, wo mich an Axt ist gekommen, ja, komm, was? Nee, das... Wir sind jetzt schon Weihnachten, wir sind jetzt schon Weihnachten vor... Ja, auf jeden Fall kommt der Axt ist jetzt zum Punkt zu kommen, äh, ja. Und, äh, das gute, schlechte, wie auch immer, ja, ist halt, du musst auch das gewissermaßen drumherum machen. Also ich muss fahren, äh, deswegen muss ich auch ganze Fummer aufbauen, wie bei Simulator, ja, Leute einstellen und hast du nicht gesehen. Aber das Ding ist, äh, du musst auch, äh, 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 um dich kümmern. Capierst du oder brauchst Beispiele? Wie, wie verstehst du das? Das ist ja falsch geworden. Ah, ich speich jetzt. Ja, ich... Äh, ich speich jetzt kurz ne Runde. Ach, Max. Es fehlt eigentlich bloß noch einer. Bling hat's gemacht. Ah, cool. Ich muss hier kurz was hochladen und bla bla bla. Und andere Spiele mal kurz rein. Okay, das war's dann mit dem Video.